Yo, hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Punch Club. Wie ihr seht, habe ich richtig krassen Hunger und muss erstmal einkaufen. Das mache ich aber mit dem Bus, weil das kostet natürlich keine Zeit. Das ist super, spare ich ein bisschen Zeit. So, erstmal zwei Steaks fressen, ab nach Hause, wieder mit dem Bus. So, fressen, fressen, dann ab zur Arbeit. So, mit dem Bus, einen Dollar, gehen wir erstmal Pizza deliveren hier. So, deliver Pizza, Pizza, delivery Pizza. So, und ich glaube, das hier ist schon wesentlich besser, weil das kostet A, nicht so viel Zeit und B, verliehe ich nicht so viel Energie. So, ja, ich habe die ganze Nacht gearbeitet. Komm, jetzt lass mich heute Pizza ausliefern hier, du Pimmel. Okay, 30 Dollar, komm, hau rein. So, Pizza delivered. Pizza delivered, ey. Vor allem, ihr habt ja so komische Ohren da dran, wie scheiße so. Das ist da extra so gemacht, ich habe immer keinen Bock mehr nach der Zeit, weil das so ridiculous aussieht, oder? So, erstmal stoppen. Dann gehen wir jetzt erstmal dick ins Gym. Äh, boah, boah, boah. So, und gehen erstmal ein bisschen trainieren hier. Ja, komm, 10 Dollar, kack drauf. Ich mache erstmal hier den Reifen, weil da kriegt man die alle drei. Weil spezialisiert habe ich mich ja schon so ein bisschen, ne? Und normalerweise, ja genau, ich wollte gerade sagen, ist da immer ein Blauer bei, sodass meine Agility auch weiter hoch geht. Und ich will natürlich gleich noch die Stärke vielleicht einpushen. Versuchen wir mal. So, komm, mach mal hier die Stärke. Aber ich glaube, einen ganzen Balken, obwohl, können nicht so schaffen, ne? Vielleicht, wenn die Energie ausreicht. Aber ich bin da noch zweifelhaft, sage ich jetzt mal, ne? Los, komm, trainier weiter. Hau rein, Junge. Vor allem hier am Anfang müsst ihr da eigentlich voll krass reinhauen. So, guck mal, Lost 18, Gains 67 Stärke. Aber hier habe ich schon 22 verloren. Und hier 22 plus, okay. Okay, so, komm, mach weiter hier. Trainier mal noch ein bisschen. So, machen wir das mal noch, damit das nicht am nächsten Tag wieder fällt. So, da geht das natürlich ein bisschen schneller hier an dem Ding. Okay. Da sind wir doch schon mal ein ganzes Stück weiter gekommen. Aber jetzt ist er zu müde, will nach Hause pennen. Machen wir natürlich auch mit dem Bus, ne? Damit er aber länger schlafen kann. Boah, jetzt ruft Frank wieder an. Hallo. Oh, nee. Hey, kid, you have kitted out your garage with gym equipment yet? If you save up enough cash and buy the right gear, you won't need to keep visiting the gym as much. Hmm, I guess that would save me a fair bit of money and time, huh? Yes, it would. Just make sure you ain't carrying bags of cash around with you. Okay. There's plenty of nasty people. Ja, ich will mich ja nicht angreifen lassen. So, wo kann ich jetzt sowas kaufen? Wo kann ich denn? Ich weiß gar nicht, wo ich was kaufen kann. Hä? Ach ja, klar. So eine Scheiße. Ah, da kann ich anscheinend was kaufen. Okay. Dann gehe ich nochmal eben in den Laden. Kaufe mal hier eins, zwei, drei Steaks, ne? Dann erstmal wieder ab nach Hause. Essen. Schlafen. So, eins. Jetzt pennen. Pennt ja auch nicht so lange, wenn er dann wieder Hunger hat beim Aufwachen, ne? So kann man das auch unterbinden. Möglichst langes Schlafen halt, ne? So. Komm, hau rein. Du musst mehr hier gainen in der Zeit. Wie viel gibt's das denn immer? Fünf? An dem Meer. So. Dann fresse ich jetzt nochmal was. Gehe dann nochmal malochen. Und vorher gucke ich mal, was hier die Sachen kosten. Sporting Goods Store. So. Was kostet denn hier was? Hi. Okay. 250, 150 Small Punching Bag. Okay. Alles klar. Äh. Dann gehen wir doch mal Pizza deliveren, wa? Oder? Nee, ich muss eigentlich nur trainieren. Sonst droppt das gleich wieder so. Ich trainiere jetzt kurz. Mach hier noch, äh, Stärke voll. Hello, friend. Can you help me? No, I can't. I can't yet. Ne, mach ich noch nicht. Ich helfe dem nicht. Der kann mich mal. Ja? Der soll seine Wiederholung mit jemand anders machen. Aber nicht mit mir. Ja? Nicht mit mir. Der kann sich selber verarschen, ja? So. Komm. Hau rein. Los. Mach hier die Stärke voll jetzt. Komm. Egal. Ich will ja die Stärke. Ah. Oder? Hat das schon gereicht? Nee. Okay. bekommen. Hallo? Und geht denn hier weg? Nicht hier weg? Ich wollte aber jetzt nicht direkt kämpfen eigentlich. Aber egal. Muss ich jetzt anscheinend. Raus komme ich jetzt hier nicht mehr. Äh. Naja. Der ist eigentlich genauso gut. Nur ich habe eine bessere Accuracy. So. Was habe ich denn schon geskillt? Ich werde mal Dodgen skillen. Minus Energie. Ne. Ich mache mal das. Das kostet nicht so viel Energie. So. Kämpf. Los. Hau ihn. Hau. 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 Ja. Hau den Glatzkopf. Ja. Komm. Drauf. Woll. Bam. Kombo. Oh. Er macht 5 mit einem Schlag. Aber ich auch 4. Das ist gut. Los. Schlag ihn. Das Gesicht. Los. Kieferbruch. Leberhaken. Komm. Nochmal. Ja. Nochmal. Komm. Ja. 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 Komm. Nochmal. Ja. Richtig so. Gib ihm. Okay. Äh. Machen wir mal gleich in Taktik weiter. Lief ja bisher ganz gut. Außer er macht jetzt. Jawoll. So weit wie ich hier. So eine 5er Kombo. Oh. Jetzt habe ich einmal getroffen. Ey. Jetzt war ich aber sauer auch. Jetzt habe ich hier jetzt auf den Boden gehauen. Ja. Okay. 18. Na. Na. Komm. Gib ihm. Ach. Da muss in Runde 2 schon Niederschlag. Aber hier sind es zum Glück nicht so wie beim echten Boxen. Wenn man dreimal hinfällt ist Ende. So ist das Ganze hier zum Glück nicht aufgebaut. Okay. So. Komm. Einmal noch jetzt. Danke. Dann können wir alle nach Hause. So. Die Skills sind nochmal hochgegangen hier. Ne. Ah. Aber ihm auch. Krass eigentlich. Hey you there fella. I'm Roy. That fight was awesome. Really awesome mate. You know what winning big is. What? I just want a big big on ya fight fella. Krass. Er hat auf mich gesetzt. Das ist ja nicht schlecht. Maybe I really need to let off some steam after that fight. So sure. Why not. Okay. Great. Let's go fella. After two or maybe five beers you go to. Keine Ahnung. Könnte ich nicht lesen. War zu schnell. War zu schnell. Nice evening right. What? Ah yeah. Hey there. I'd like to ask you a question. What do you know about self destruction? Ja ist nicht so viel. Ist halt eher nicht mein Themengebiet. Ne. Selbstzerstörung. Ja. Ich will ja nicht alles lesen. You're quite slow for a fighter. You know. Ja. Und hier kann ich jetzt halt Straßenkämpfe machen. Mache ich jetzt einfach mal. Okay. Kommt denn hier für einer. Okay. Der hat mehr Verteidigung als ich. Aber meine Accuracy ist höher. Weil der nimmt mich jetzt wahrscheinlich sowas von auseinander. Ne. Weil der hat auch 110 Punkte. Ne. Aber im Moment ist er nur ein Punching Bag. Oh. Vier macht er auch. Da muss ich mehr treffen als er. Oh. Guck mal. Einmal. Vier. Oh. 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 Aber ich sag mal. So von der Prozentzahl oben sieht es ja noch ganz gut aus. Ne. Also ich könnte ihn machen. Diesen Lappen. So sieht es aus. Komm. Hau den jetzt. Gib dem doch mal. Okay. Falt. Falt. Oh. Fünf. Hat er mich getreten. Jawohl. Acht. Nochmal. Komm. Gib ihm. Gib ihm doch jetzt. Gib ihm. Ach. Aber ist auf jeden Fall noch gewinnbar dieser Kampf. Sag ich mal. Vielleicht sollte ich mal was anderes machen hier. Das macht zwei. Das macht fünf. Ja. Was macht das hier? Vier. Ich versuche mal ein bisschen mehr zu kicken und zu treten. Komm. Komm. Jetzt. Gib ihm doch mal eine krasse Kombi ey. Sei nicht so taktisch. Mach doch mal richtig. Brawl. Brawl mal richtig drauf hier. Oh. 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 Er ist aber auch immer so gut wie 20 Punkte vor. Ne. Ja. Weiß. Weiß. Ist klar. Ne. Ach. Oh. Komm. Das wird wohl nix mehr. Okay, das war nicht so eine gute Idee. Gib ich zu. Das deutschen war doch mal lieber. Ne, Quatsch, nicht deutschen. Obwohl, wie viel Energie hab ich? Ne, 27. Auch wenig. Ja, komm, so, jetzt gib ich mal da. Wer den noch macht, ne? Dann ist Comeback Real auf jeden Fall. Ja, komm, komm. Boah, die hätte alle treffen müssen. Das wäre geil gewesen, ey. Bam, 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 bam. Komm, gib ich ihm. 15, 18, okay? 18, 11. Was? Oh nein, ist schon ein Ende gewesen, der Kampf. Jetzt hab ich verloren, weil ich nicht so viel hatte. So, signen wir mal ab für den nächsten Kampf. Und gucken mal, was wir hier skillen können, ne? Low Kick, ah, hier, noch ein Active Skill. Aber ich nehm diese Skip's Attacks zunächst mal. Ähm, da lässt er zwar manche Attacken aus, kriegt dafür aber mehr Energie. Und das ist im späteren Verlauf des Spiels wichtiger, hab ich mir sagen lassen. So, äh, gehen wir doch mal hier... Ne, erstmal trainieren. Erstmal muss ich ein bisschen trainieren, ja? Also, so geht's nicht. So, bye, bye. So, ab ins Gym. Ach, ich hab keine 10 Dollar. Scheiße. So, dann gehen wir die letzten 2 Dollar zur Arbeit. Und geht er noch trainieren, äh, geht er noch Pizza deliveren. Komm, hier. Pizza, oh la la. Er bringt eine Pizza, oh la la. Dieses Lied ist mega Schrott. Ja, ich hasse so ne Scheiße. So ne eingängige Kackscheiße, ohne Sinn und Verstand, ja? Willst du eine Pizza oder so? Ich weiß noch nicht, was richtig der Text ist. So ein Schrott, ey. Also, so geht es nicht. So, jetzt nochmal ab ins Gym. Machen wir mal hier zu Fuß diesmal. So, 10 Dollar. Nein, ich kann ihm nicht helfen. Jetzt trainieren wir erstmal das, bis wir so viel Hunger haben, dass wir nach Hause müssen. Und dann passt das schon, glaube ich. Obwohl, ne, ich will den auch noch trainieren, damit der nicht wieder so brutal runter geht. So, damit ich zumindest noch zwei habe als nächstes. So, jetzt gehen wir ihm noch ein bisschen hiervon. Das macht auch alle drei. Verstärkt aber natürlich hier Agility, wo ich ja später hin will. Für, äh, ach, hier. Den Way of the Tiger, ne, den will ich ja machen. So, kannst du noch? Komm, ein bisschen kannst du noch, bevor du zu krassen Hunger hast, ne? Okay. Dann mal ab nach Hause. Drei Dollar. Ach, ma, jetzt muss ich da erst dran gehen. Ich hab grad, ich mach grad Essen, Frank. Krass, ey. Kid, have you visited all the various occasions in the area recently? Hmm, why need I to do that, Frank? I'm just saying, sometimes we find direction and purpose in the strangers of places. So deep, Frank. Äh, suck a lemon, kid. Ja. Fick dich, selber, Frank. Fick dich. So, äh, dat fressen wir mal. Oh, nur ein Steak da gehabt. Und jetzt muss ich erst mal so ein bisschen schlafen, auf jeden Fall, ne? So, da hab ich überall gamed. Das ist gut. Komm, schlaf jetzt. Weißt du, zwei Minuten geschlafen, wieder aufgestanden. Aber gar nicht mal so schlecht, weil dadurch hab ich hier noch, äh, paar Prozent, äh, Dinges bekommen, ne? Äh, ausgeruht sein. So, äh, für relativ wenig Zeit, das mach ich. Okay, zwei Dollar. So, jetzt kaufen wir mal hier was zu essen. Dann, äh, machen wir mal hier, ach, ja, okay. Gehen wir erst mal Pizza deliveren. Vielleicht schaffen wir ja nur eine. Ja, okay, ne. Oder? Ah, vielleicht mit dem letzten Strich könnte sein. Ja, äh, ach krass. Sogar noch, noch mal so viel geschafft. Nice. Okay, ein Dollar. Fressen. Muss aber viel essen, dieser Typ, ne? Furchtbar. So, ein Dollar. Hab ich ja eh direkt wieder drin dann quasi, ne? So, deliver Pizza. Komm, mehr hier. Aber ich hab doch irgendwie trotzdem das Gefühl, dass man, äh, das war bei mir das Skype, äh, dass man mehr Geld bekommt, wenn man, äh, auf die Baustelle geht. Und man baut nicht so stark ab, ne? Ja, stopp, reicht jetzt. So, ist das heute? Oh, ist today? Ja, da muss ich wohl noch mal kurz ins Gym vorher. Boah, wer schreibt mir denn jetzt? Egal. Ignoriert das, Freunde, ja? Das, diese Skype-Sounds. Meine. Okay, can you help me? Äh, nö, definitiv nicht, du Ficker, ey. Okay. Okay. Jetzt machen wir noch hier die zwei Folgen. Immer so ein bisschen trainieren alles, ne? Ich bin da eher so ein Fan von nicht so lange hier, sonst trainiere ich zu viel die anderen. Ich will ja wirklich auf Agility, Accuracy and Chance to Avoid Enemy Attacks, ne? Das ist, glaub ich, besser. So, jetzt, äh, obwohl, jetzt kaufe ich mir hier noch einen Energy Drink. Ja, komm, reicht, hast genug trainiert. Jetzt kaufe ich mir noch einen Energy Drink hier und dann gebe ich den mal auf die Fresse, dem Huso, ja? So, Energy Drink, 14. Hat er jetzt direkt getrunken? Ach, ich brauch gar nicht hier rüber. Ich kann eigentlich hier direkt Fight drücken. Okay, der hat 0,7, 1,3. Energy Regeneration 9,58 und wesentlich mehr Verteidigung. Was ist das hier? Demoralize. All damage done by your opponent is reduced by 20%. Really? Krass. Aber wieso hab ich denn jetzt hier nicht den Active Skill? Ich hab den noch freigeschaltet. Ich hab den noch gekauft. Deshalb müsst ihr eigentlich noch einen hier machen. So. Komm, gib ihm. Oh, boah, der macht da so viel Damage bei mir. Was ist das denn, ey? Das ist aber krass. Boah. Jetzt kriege ich einfach eine Schruppe. Alter, was ist denn hier los? Okay, äh, mach ich den mal. Kann er vielleicht nicht so gut auf Dritte oder so? 18 zu 104. Alter, hab ich mir aber voller Fresse gegeben, ey. Jetzt gibt er mir noch einen als Ende. Boah. War aber ein krasser Fight. Hab ich aber echt hart auf Fresse bekommen jetzt. You don't really progress in me as well as you should be. How do you feel about getting more buff without training? Calls it science. If you're interested, meet him at the sports equipment store. Ja, Potion Wendor. Kann ich jetzt dann, äh, äh, Dopingmittel kaufen oder was? Also, wäre aber krass, ne? So. Ich trainiere mal erstmal die beiden Sachen. So, hier. Dann kriege ich natürlich wieder Prozente da drauf. Dann geht das vielleicht auch richtig abgleich, ne? So, komm. Kick. 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 Ist ja nur die eine Runde. Komm, mach. Du musst öfter schlagen. Okay, Ende. Krass. Das war jetzt 15 Dollar. Da nimmt er echt 15 Dollar für. Ja? Krass eigentlich. So. Aber. Ne, wollte ich doch gar nicht. Ich wollte hier auf den Skilltree. Ich hab doch. Hab ich den vorher nicht gekauft? Ach, ne. Ich hab ja erst das andere gekauft. Stimmt ja. Stimmt ja. Krass. Okay, dann würde ich sagen, ich schaue euch meinen Typen jetzt hier ins Gym, ne? Und wir sind jetzt in der nächsten Folge wieder, Leute. Haut rein. Bis dahin. Tschüüü.